Ahoi! Auch ein netter Wasserkäfer? Ja, schaut, der arme Siegesmund, der hat ein Sechze viel und gleich ein bisserl viel, drum ist er infantil. Denn wenn ein Mann so schön ist und um ihn so ein Geriss, dann merkt er's gar nicht mehr, wie blöd er ist. Was kann der Siegesmund dafür, dass er so schön ist? Was kann der Siegesmund dafür, dass man ihn liebt? Und wenn bei diesem Mann die Schönheit ein Versehen ist, was kann denn er dafür, dass man ihm alles gibt? Was kann der Siegesmund dafür, dass er so schön ist? Die Damen schwimmen rum, die fliegen im Glas Bier, so dass ihm heiß wird, auch wenn gar kein warmer Föhn ist. Was kann der Siegesmund, der blöde Hund, dafür? Doch, aber, 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 meine Herrschaften, das habt's schon wieder. Was sagt er? Männer, sie mit Ihnen hat man schon sein Gfretchen. Aber, 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 meine Herrschaften, die Frau Schaffen, wir haben eine Frau Schaffen, die Frau Schweren und die Frau Schweren, das ist nicht so,